. Room Service. Moin, herzlich willkommen auf Mallorca. Ich wollte nur kurz eure Minibar auffüllen. Die ist ja bestimmt schon leer. Nee, nee, wir sind gerade erst angekommen. Mann, ihr seid jung. Ihr wollt kegeln, trinken, ihr müsst rauchen und so was. Ihr geht jetzt mal auf den Balkon und habt ihr so richtig Fun. Hier, ich hab auch noch eine Schacht der Zigaretten für euch. Haben Sie vielleicht noch einen Aschenbecher? Nee, dann müsst ihr so schnipsen. Einfach so runterschnipsen. Dann geht die Zigarette im Flug praktisch vom Gegenwind aus und nichts passiert. Ihr werdet hier eine super geile Zeit haben. Das schwöre ich euch. 13 deutsche Kegelfreunde sind jetzt im Krist. Die jungen Männer aus Münster werden beschuldigt, ein Restaurant in Arenal in Brand gesetzt zu haben. Augenzeugen berichten von Zigarettenkippen, die von dort auf dem Bambusdach gelandet seien und so den Brand ausgelöst haben sollen.